Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserer kurzfristigen Pressekonferenz im Anschluss an die heutige Sitzung des Krisenstabes. Und ich begrüße auch alle, die sich über den Stream zugeschaltet haben und uns heute zuhören. Ihre Gesprächspartnerinnen und Partner sind neben Frau Oberbürgermeisterin Katja Dörner, Stadtdirektor Wolfgang Fuchs, der Leiter des Krisenstabes. Dabei ist Dr. Susanne Engels, die Leiterin des Gesundheitsamtes der Stadt Bonn und Stefan Günther, der Leiter des Sport- und Bäderamtes, sowie Günther Dick, Leiter des Amtes Bürgerdienste. Und Frau Oberbürgermeisterin beginnt bitte. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserer heutigen Pressekonferenz Corona-Update sozusagen. Mit den ja auch in Bonn fallenden Inzidenzwerten wächst bei uns allen die Hoffnung, dass wir bald ein Stück Normalität zurückgewinnen können. In Bonn liegt die Sieben-Tages-Inzidenz seit einigen Tagen schon unter 150. Wir nähern uns auch der 100er-Marke. Heute am Mittwoch, 12. Mai, liegt der Inzidenzwert bei 110. Setzt sich der Trend der letzten Tage fort, können die Regelungen zum Infektionsschutz gelockert werden und weitere Öffnungen sind möglich. Der Krisenstab der Stadt hat heute dazu getagt und bekräftigt, an der Niedrig-Inzidenz-Strategie festzuhalten. Wir wollen vermeiden, dass es eine Art Jojo-Effekt gibt. Das heißt, wir wollen bei den Öffnungsschritten weiter Vorsicht walten lassen, um keine erneut steigenden Infektionszahlen hervorzurufen. Maßgeblich sind für uns natürlich das Infektionsschutzgesetz des Bundes und die jeweilige Corona-Schutzverordnung des Landes. Zu den Schwellenwerten wird Herr Fuchs gleich noch weitere Details beisteuern. Gemäß des Beschlusses des Krisenstabes soll es eine mehrstufige Teststrategie unter Berücksichtigung der neuen Corona-Schutzverordnung in der kommenden Woche auch mit dem Handels- und Gewerbeverbänden besprochen und denen vorgestellt werden und dann am 19. Mai vom Krisenstab beschlossen werden. Wenn sich herausstellt, dass die städtischen Maßnahmen über die dann geltende Corona-Schutzverordnung des Landes hinausgehen, die uns ja noch nicht vorliegt, dann bedürfen die Maßnahmen der Zustimmung des NRW-Gesundheitsministeriums. Wir setzen auf Click and Meet and Test. Nach Auffassung der Stadt ist die Verknüpfung von Öffnungen an tagesaktuelle Negativtests etabliert und auch einfach umsetzbar. Mit mittlerweile mehr als 250 Teststellen im gesamten Stadtgebiet haben die Bürgerinnen und Bürger in Bonn inzwischen problemlos Zugang zu einer guten Testinfrastruktur. Mit der Teststrategie wollen wir einerseits die sichere Rückkehr zu einem normalen gesellschaftlichen Leben langfristig sichern. Darüber hinaus wollen wir aber, das haben wir auch immer als Strategie dargelegt, die Dunkelziffer potenzieller Infektionen ausleuchten und damit verringern. Wir wollen Infektionsketten unmittelbar erkennen und durchbrechen. Und nur so können wir verhindern, dass die Inzidenzen dann wieder ansteigen. Wie Sie wissen, arbeiten wir auch an einer digitalen Komponente, um die Kontakte nachverfolgen zu können. Dazu wird auch Herr Fuchs gleich noch Näheres ausführen. Ich kündige heute schon mal an, dass wir in der nächsten Woche weitere Datenauswertungen veröffentlichen werden, die das Infektionsgeschehen in Bonn detaillierter darstellen und die wir dann einmal wöchentlich auch aktualisieren werden. Für die Impfung in bestimmten Stadtteilen oder bestimmten Zielgruppen liegt die erwartete Verordnung des Landes noch nicht vor. Und es gibt auch keinen zusätzlichen Impfstoff. Wir sind aber weiter, wir bereiten uns weiter darauf vor, auch sowas umsetzen zu können. Zum Thema ÖPNV. Der Krisenstab hat sich auch mit den Stadtwerken heute darüber verständigt, dass mit dem Ende der Ausgangsbeschränkungen, also wenn die Bundesnotbremse außer Kraft ist, Busse und Bahnen nach Mitternacht wieder regelmäßig verkehren. Zu den Bibliotheken. Da wollen wir vorerst dabei bleiben, die kontaktlose Ausgabe und Rückgabe bereitzuhalten, weil eine Öffnung mit Tests auf wenig Akzeptanz zu stoßen scheint. Das Kunstmuseum Bonn strebt für das Wochenende 29.30. Mai eine Öffnung an. Das Stadtarchiv plant, den Lesesaal ab dem 1. Juni wieder zu öffnen. Und die Ludwig van Beethoven Musikschule nimmt ab dem 17. Mai schrittweise den Präsenzunterricht wieder auf. Lassen Sie mich noch kurz zusammenfassen. Wir freuen uns natürlich alle über Öffnungen und Auföffnungen. Wir sollten uns aber bei jedem Öffnungsschritt auch klar sein, welche Verantwortung für uns alle damit verbunden ist. Verständlicherweise sehen wir uns alle nach Unbeschwertheit. Die Voraussetzungen dafür sind unserer Auffassung nach aber noch nicht gegeben. Deshalb bleiben wir weiter vorsichtig und wie immer appelliere ich an alle Bonnerinnen und Bonner, sich an die Hygieneregelungen und die AHA-Regelungen zu halten und Kontakte, wenn irgend möglich, zu vermeiden. So viel von mir eingangs. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Dörner. Dann gebe ich an Wolfgang Fuchs, Herrn Stadtdirektor und Leiter des Krisenstabs. Vielen Dank, liebe Monika Hörig. Meine Damen und Herren, die Oberbürgermeisterin hat gerade schon darauf hingewiesen, dass wir uns der Schallmauer von 100 nähern. Bis wir die 100 erreicht haben, gilt noch die Notbremse, also das Bundesinfektionsschutzgesetz. Das heißt, zwischen 100 und 150 gelten die Regelungen, Zusammenkünfte im öffentlichen und privaten Raum nur mit einer Person. Weiterhin die Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr, beziehungsweise von 24 Uhr bis 5 Uhr, das kennen Sie, inklusive der Schließungen des Einzelhandels und der Freizeiteinrichtungen. Sollten wir die 100 unterschreiten, an fünf Tagen in Folge, kann dann am übernächsten Tag die Corona-Schutzverordnung des Landes in Kraft treten, die wir derzeit zwar noch kennen, die aber am 14. außer Kraft gesetzt wird. Es hat jetzt eben eine Pressekonferenz von Ministerpräsident Laschet gegeben und da ist wohl einiges schon aus der neuen Corona-Schutzverordnung präsentiert worden. Ich kann es Ihnen aber derzeit noch nicht sagen, weil ich parallel in einer anderen Videokonferenz mit der Bezirksregierung gewesen bin und die hatten auch noch keine weitergehenden Informationen. Wir gehen also davon aus, dass einige der Regelungen, die wir bislang kannten in der Corona-Schutzverordnung, weiterhin Gültigkeit haben. Es kann aber auch zu Änderungen kommen. Das, wie gesagt, wissen wir im Moment noch nicht, aber wir werden es wahrscheinlich im Laufe des Tages wissen. Aber ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, was wir dann erwarten, wenn wir die Corona-Schutzverordnung wieder so umsetzen, wie sie vor der Bundesnotbremse gewesen ist. Dann sind Zusammenkünfte im öffentlichen Raum erlaubt bei Mindestabstand von 1,5 Metern. Dann ist auch die Möglichkeit gegeben, wieder beispielsweise Museen zu öffnen. Das haben wir ja gerade auch schon angekündigt. Und der Einzelhandel darauf oder dazu fragen sich natürlich viele, was passiert jetzt mit dem Einzelhandel? Der Einzelhandel kann dann so geöffnet werden, wie eben auch vor der Bundesnotbremse mit Click and Meet, so wie wir das ja auch zugelassen hatten. Aber eben auch mit einem bestätigten negativen Testergebnis. Frau Oberbürgermeisterin hat ebenfalls darauf schon hingewiesen. Und alles andere, glaube ich, ist Ihnen bekannt, was größere Veranstaltungen betrifft, was Musikfestivals, Amateursport bzw. Freizeitsport und Gaststätten, Restaurants, ist alles noch nach wie vor nicht möglich. Es sei denn, wie gesagt, das Land lockert hier weiter, was möglicherweise so sein wird. Ich kann es mir nicht so richtig gut vorstellen, weil das Infektionsgeschehen zurzeit noch äußerst volatil ist und die Zahlen auch durchaus in der nächsten Woche wieder ansteigen können. Wenn beispielsweise auch der Schulunterricht wieder im Wechselunterricht stattfindet, die Kitas wieder geöffnet haben, dann wird es natürlich zu deutlich mehr Testungen kommen, als wir das derzeit haben. Und dann kann es sehr gut sein, dass die Zahlen wieder steigen angesichts der Tatsache, dass wir auch festgestellt haben, dass viele Infektionen, insbesondere bei jüngeren Leuten, sich gezeigt haben, weniger bei Älteren. Die Auswertungen, die wir jetzt in der Zwischenzeit, die statistischen Auswertungen, die wir gemacht haben, deuten sehr darauf hin, dass das Infektionsgeschehen sich insbesondere in der jüngeren Bevölkerung jetzt abspielt. Und deswegen muss man die Situation genau beobachten. Wir wollen, wie Frau Dörner gerade gesagt hat, vorsichtig sein. Wir wollen nicht mit vorzeitigen Öffnungen uns die Situation wieder deutlich erschweren. Das Gesundheitsamt kann ich so im Namen von Frau Dr. Engelz sagen, ist sehr froh, dass die Zahlen rückläufig sind. Und das wäre auch für die Kolleginnen und Kollegen des Gesundheitsamtes außerordentlich schön, wenn wir dabei bleiben könnten. Denn die Anspannung dort ist schon mit Händen greifbar. Und zwar seit langer Zeit schon. Ich lasse vielleicht zunächst mal zu den Eröffnungen, die wieder möglich sind. Wenn Sie da im Anschluss noch Fragen haben, kann ich die Ihnen gerne beantworten. Was die digitale Kontaktpersonennachverfolgung betrifft, da wissen Sie ja, das hatten wir auch schon bei anderer Gelegenheit gesagt, dass das Land derzeit ein sogenanntes Gateway organisiert. Das heißt, dieses Gateway heißt Iris und bedeutet, dass die ganzen Kontaktnachverfolgungs-Apps, die heute schon auf dem Markt sind, bis auf Luca, an dieses Gateway angedockt werden können. Und die Informationen, die dann von dort aus über Gateway generiert werden, können dann unmittelbar ans Gesundheitsamt transportiert werden, ohne personifizierte Daten. Aber das Infektionsgeschehen kann damit für das Gesundheitsamt sehr gut nachverfolgt werden. Wir gehen davon also über die Plattform, die wir im Gesundheitsamt nutzen, SORMAS, dass diese Brücke, dieses Gateway Iris wird aller Voraussicht nach Ende Mai zur Verfügung stehen, vom Land also freigeschaltet werden. Köln, Mönchengladbach und Bonn sind die Modell- oder Pilotstädte, die es anwenden können. Wir entwickeln es auch mit durch Hilfe einer Kraft aus unserem IT-Bereich. Und die sonstigen Tracing-Apps, die jetzt auf dem Markt so sind, das sind so ungefähr 60 oder 70, können dann alle über dieses Gateway sozusagen ihre Daten transportieren. Wie gesagt, bis auf Luca, weil es da datenschutzrechtliche Bedenken gibt, also die Luca-App. Wir könnten selber aber auch die Luca-App trotzdem akzeptieren, weil wir eine entsprechende Vorkehrung getroffen haben, dass bestimmte Daten eben nicht über Luca abgegriffen werden können. Das ist ja das besondere Problem, was man da derzeit hat. Wir selber würden uns unterhalten mit dem Herrn Dr. Haas, der ja die Undo-App entwickelt hat mit seinem Unternehmen für den Transport, was Menschen, die unsere städtischen Einrichtungen besuchen wollen, die könnten die rein theoretisch nutzen. Sie können aber auch andere Apps nutzen, welche auch immer dieses Iris-Gateway erkennt im Grunde genommen jede einzelne App. Dann gibt es noch die Information zum Thema Master-App, was Sie möglicherweise aus Köln gehört haben. Dazu will ich gerne noch sagen, dass diese Master-App im Grunde genommen auch nichts anderes ist als ein Gateway. Diese Master-App kann nämlich tatsächlich jede einzelne App, die eine Tracing-Nachverfolgung ermöglicht, erkennen und somit dann auch Iris zur Verfügung stellen, damit das Gesundheitsamt eben das Infektionsgeschehen unmittelbar erfassen kann und reagieren kann. Sobald also der Einzelhandel wieder geöffnet hat, kann der Einzelhandel welche App auch immer verwenden. Sobald Iris im Echtbetrieb ist, können die Daten mittels dieser App dann übermittelt werden. Bis zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen wir noch mit Zettelwirtschaft arbeiten. Das geht leider nicht anders, liegt nicht an uns, auch wenn gerne die Stadt Bonn für irgendwas kritisiert wird, was sie nicht verursacht hat. Das haben wir nicht verursacht. Aber wir sind sehr optimistisch, dass in zwei Wochen diese Landeslösung existiert. Im Übrigen darf man auch gerne noch verweisen auf die Corona-Warn-App, die jetzt auch die unmittelbare Funktion hat, solche QR-Codes zu erstellen, was ja in den Geschäften dann notwendig sein wird, um die Geschäfte überhaupt betreten zu können, damit wir dann die Kontaktpersonen auch nachverfolgen können, wenn es da zu einem Infektionsgeschehen kommt. Also die Corona-Warn-App ist deutlich weiterentwickelt worden, wird auch das elektronische Format für die Impfung haben. Also das heißt, wenn Sie zweitgeimpft sind, dann bekommen Sie einen Impfpass. Der kann aber eben auch digital zur Verfügung gestellt werden in der Corona-App. Das wird auch in etwa 14 Tagen soweit sein, hat man uns jedenfalls berichtet. Das finde ich auch ganz sinnvoll für diejenigen, die so Smartphones benutzen. Die brauchen ja nicht den gelben Impfausweis noch mitzutragen. Das aber wird sich zu einem späteren Zeitpunkt dann auch tatsächlich so ergeben. Das war es jetzt erst mal von mir zu dem Thema elektronische digitale Kontaktnachverfolgung für weitere Fragen. Wie gesagt, stehe ich auch in diesem Zusammenhang gerne zur Verfügung. Vielen Dank, Wolfgang Fuchs. Ja, dann haben wir auch etwas zum Thema Schwimmbäder. Herr Günther. Ja, herzlichen Dank auch von mir. Herzlich willkommen in die Runde. Ich habe heute dem Krisenstab mehrere Punkte zum Thema Schwimmen vorgeschlagen. Und ich denke, ich habe insbesondere eine gute Nachricht für die vielen Eltern, die seit dem vergangenen Jahr auf der Suche sind nach Schwimmkursen für ihre Kinder. Denn die Corona-Schutz-Verordnung des Landes erlaubt die Durchführung von Anfänger-Schwimmausbildung und Kleinkinderschwimmkurse für Gruppen von höchstens fünf Kindern. Hierfür gab es bislang einen Schwellenwert von, einen Inzidenzwert von 165, den wir in Bonn ja möglicherweise unterschritten haben, sodass die Durchführung dieser Kurse jetzt auch wieder möglich ist. Das ist sozusagen ein wichtiger Unterschied zu dem übrigen Sporttreiben. Diese Kurstätigkeiten, die Schwimmausbildung, ist sozusagen in einem anderen Paragraphen vorgesehen, nämlich bei den außerschulischen Bildungsangeboten, weil der Verordnungsgeber gesagt hat, das Schwimmlernen ist eine so wichtige Grundfertigkeit. Das ist sozusagen ein Bildungsangebot und hat deshalb sozusagen einen höheren Schwellenwert, als ihn das übrige Sporttreiben auf den Sportplätzen hat. Deshalb ist die Durchführung dieser Kurse wieder möglich, begrenzt allerdings auf eine Gruppe von höchstens fünf Kindern. Und deshalb wollen wir ab der nächsten Woche die Lehrschwimmbecken auch wieder für diesen Zweck öffnen. Das sind insbesondere die Lehrschwimmbecken in den Schulgebäuden. Wir stellen aber auch die Lehrschwimmbecken in unseren öffentlichen Hallenbädern zur Verfügung, nämlich in der Beuler Bütz und im Hartbergbad. Wir sind seit einigen Tagen auch schon im Gespräch mit den Vereinen, die dabei sind, mit uns gemeinsam ein entsprechendes Konzept auch zu entwickeln. Die Vereine haben sehr hohe Wartelisten. Viele Eltern, wie gesagt, suchen seit einiger Zeit Kurse. Deshalb sind da sehr viele Kinder auf den Wartelisten. Und wir werden jetzt sehr kurzfristig mit den Vereinen zusammen eine optimierte Belegung entwickeln, damit dann ab der kommenden Woche möglichst viele Kurse auch stattfinden können. Eben für Kinder maximal fünf pro Kurs. Das sind also die Vorgaben, Hygienevorgaben sind da natürlich dann auch einzuhalten. Das ist, glaube ich, eine gute Nachricht und auch der erste Schritt zur Lockerung im Bereich des Sports. Wir haben uns auch mit der Frage beschäftigt, ob das Thema Schulschwimmen nochmal aufgenommen werden soll. Bis zu den Sommerferien haben uns allerdings gegen entschieden, weil die Schulen in der kommenden Woche ja erstmal in den Wechselunterricht starten. Das heißt, die Schulklassen sind nicht vollständig. Wir haben auch quasi keine großen Nachfragen aus dem Bereich gehört, sodass das Schulschwimmen in den Hallenbädern jetzt bis zu den Sommerferien nicht mehr stattfinden wird. Die Schulen, die Interesse haben, mit einzelnen Gruppen, einzelnen Schulklassen schwimmen zu gehen, können das sehr gerne bei uns in den Freibädern tun. So ist das auch im vergangenen Jahr praktiziert worden. Das werden wir mit den Schulen auch noch entsprechend kommunizieren. Die können sich gerne bei uns melden. Und dann können wir die Freibäder dann für Wunschzeiten zuweisen. Das bringt sozusagen nochmal die Freibäder mit ins Spiel. Das ist auch eine Frage, die wir bei den dann doch etwas gestiegenen Temperaturen in den letzten Tagen immer wieder gehört haben aus der Bevölkerung. Wann machen denn die Freibäder in Bonn auf? Da kann man aus heutiger Sicht sagen, das kann man taggenau noch nicht bestimmen. Das hängt von mehreren Faktoren ab, nämlich zum einen hängt das davon ab, wann wird sozusagen dieser Inzidenzwert von 100 unterschritten, sodass die Regelungen der Bundesnotbremse nicht mehr gelten. Und wann wird dann das Land Nordrhein-Westfalen die Corona-Schutzverordnung entsprechend ändern, dass auch der Betrieb von Freibädern erlaubt ist. Wenn diese Dinge sozusagen geklärt sind, können wir die Freibäder in Betrieb nehmen. Wir bereiten uns seit Wochen auf die Öffnung der Freibäder vor. Wir sind auf diesen Tag eben vorbereitet. Wir sind seit einiger Zeit mit der Auswinterung der Freibäder beschäftigt. Und wenn sozusagen die rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind, dann werden wir unsere Freibäder nach und nach dann auch in Betrieb nehmen können. Und wenn die Wetterlage dann auch passt, dann wird das, glaube ich, ein schönes Angebot für die vielen Bonner Bürgerinnen und Bürger. Vielen Dank, Herr Günther. Herr Dick, aus Ihrem Bereich noch ein paar aktuelle Informationen? Ausgangsbeschränkungen werden gut eingehalten? Ja, ich denke, darüber haben wir ja auch in der Vergangenheit bereits berichtet. Also die Erkenntnisse unseres Stadtopftungsdienstes sind wirklich so, dass wir davon ausgehen können, dass die Bonner Bevölkerung sich also weitaus überwiegend an die Ausgangsbeschränkungen hält. Es hat also nur vereinzelte Verstöße gegeben. Aber wenn wir die Gesamtbilanz betrachten, können wir also in Bonn wirklich sagen, dass wir mit dem Verhalten unserer Bevölkerung sehr zufrieden sind. Und dafür möchte ich mich auch an dieser Stelle herzlich bedanken. Gut, wenn es da keine sonstigen Ausreißer gibt im Moment, die berichtenswert ist, vielen Dank. Frau Engels, dasselbe gilt für Sie, besondere Vorkommnisse? Nee, wir hatten keine besonderen Vorkommnisse. Bei uns ist ja jetzt einiges, was der Herr Fuchs schon geschildert hat, im Gange. Wir freuen uns auf die Kontaktverfolgungs-App, weil uns das auf jeden Fall helfen wird, die Fälle besser zu ermitteln. Und auch ich bedanke mich nochmal im Namen meiner Mitarbeiter auch, dass die Bevölkerung so toll mitgemacht hat bisher. Und ich hoffe, dass wir da auch weiterhin auf einem guten Weg sein werden. Danke. Prima, vielen Dank, Frau Engels. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dann Ihre Fragen. Sie melden sich bitte mit Handzeichen oder bitte mit der elektronischen Hand, damit ich Sie wahrnehme. Ich sehe gar keine Hand. Kann das sein? Doch, da ist Frau Inhoffen. Bitte. Mikro, bitte. Mikro anstellen. Ich habe eine ganze Reihe von Fragen, aber ich stelle jetzt erstmal zur App, habe ich gehört, kommt nochmal eine Zusammenfassung. Das würde, glaube ich, den zeitlichen Rahmen dieser Veranstaltung sprengen, wenn ich das jetzt nochmal mir erklären lasse. Das ging ein bisschen schnell, Herr Fuchs, aber Sie sind da ja auch mehr drin als ich. Ich würde gerne nochmal zum Thema Schwimmen kommen. Habe ich das richtig verstanden, dass die Schulen schon jetzt sozusagen Termine mit der Stadt vereinbaren können, wenn sie mit ihren Klassen in die Freibäder gehen oder geht das erst, wenn die Freibäder offiziell eröffnet sind? Dann würde ich nochmal fragen, alle Fragen an Herrn Münter, sind diese Schwimmkurse für die Kinder, die ja jetzt schon statt, ab wann finden die statt? Und gibt es da eine Altersbegrenzung? Oder ist das für alle Kinder, die nicht schwimmen können? Und dann ist es ja egal, wie alt die sind. Und wie viele Kinder stehen auf der Wachteliste? Und wie viele Kurse wird es insgesamt geben, wenn man die Zahlen nennen kann? Wäre schön, wenn nicht, geht die Welt auch nicht unter. Das wäre erstmal zum Thema. Und das Verfahren, wenn die Freibäder geöffnet sind, wird das so ähnlich laufen wie im letzten Jahr, dass man wieder so Slots buchen muss? Ist das wieder so geplant? Das wäre jetzt ein Thema. Ich hoffe, dass ich den Kollegen jetzt auch nichts vorweggenommen habe. Herr Günther, soweit Sie das schon beantworten können. Ja, gerne. Ich werde es versuchen. Also ich kann alle Fragen jetzt noch nicht 100-prozentig beantworten. Ich fange mal an mit dem Thema der Schwimmkurse. Die Verordnung spricht von Anfänger, Schwimmausbildung und Kleinkinderschwimmkursen. Und wir legen das so aus, dass damit tatsächlich Anfänger und eben Kleinkinder gemeint sind. Das sind also Kinder bis zum Schuleintritt. Das sind also Kinder, die eben nicht älter als sechs Jahre alt sind. Das sind diejenigen, für die jetzt diese Kurstätigkeiten erlaubt worden ist. Und die Bedarfe, die haben wir sozusagen nicht komplett bei der Stadt gesammelt oder abgefragt, sondern wir haben die Vereine gebeten, uns aus Sicht der schwimmsporttreibenden Vereine die Bedarfe mitzuteilen. Und da sind einzelne Vereine bei, die uns durchaus zurückgemeldet haben, dass sie rund 200 Kinder auf der Warteliste haben. Wenn ich das jetzt mal für Bonn insgesamt schätze, kommen wir da schon auf mehrere 100 Kinder, die auf irgendwelchen Wartelisten stehen bei Schwimmvereinen. Das ist ja das System in Bonn. Wir als Stadt bieten einige Kurse an, aber die überwiegende Anzahl an Kursen wird angeboten von den Schwimmvereinen. Und das ist so vielleicht ein grobes Mengengerüst. Das sind mehrere 100 Kinder, die da quasi auf Kurse warten. Viele mussten quasi im vergangenen Jahr abgebrochen werden, als der Schwimmbadbetrieb nicht mehr möglich war. Aber viele Kinder sind natürlich auch neu hinzugekommen, sodass es da einen Riesenbedarf gibt. Ja, wann können die Kurse genau losgehen? Ich hatte gesagt, wir stellen quasi die Wasserfläche ab der nächsten Woche zur Verfügung. Wir werden jetzt sehr kurzfristig mit den Vereinen noch eine Konferenz ansetzen, die auch schon terminiert ist für kommenden Montag. Und wir werden dann erst mal die genaue Wasserfläche verteilen, damit die Vereine dann eben entsprechend entsprechende Kursangebote auch planen und auch kommunizieren können. Das wird also rein faktisch noch ein bisschen dauern. Aber wir geben da jetzt alle miteinander Gas, weil wir eben so schnell wie möglich, ich sage mal, die Kinder auch ins Wasser bringen wollen. Das waren die Fragen zu den Kurstätigkeiten. Zum Schulschwimmen hatte ich gesagt, das kann wie im vergangenen Jahr laufen, dass die Schulen uns ihre Bedarfe melden und wir weisen dann Zeiten in den Freibädern zu. Das kann natürlich erst dann der Fall sein, wenn wir die Freibäder tatsächlich in Betrieb nehmen. Das wird also durchaus dann noch ein paar Tage dauern. Wir hoffen sehr, dass wir quasi mit den ersten Freibädern dann an den Start gehen können in einigen Tagen und dann können dann auch die Schulen entsprechende Zeiten buchen. Zum Verfahren der Freibad-Saison, das kann ich jetzt noch nicht ganz abschließend beantworten. Da sind wir noch in den letzten Überlegungen. Aber das Konzept, so wie wir es im vergangenen Jahr praktiziert haben, hat sich nach meiner Erkenntnis sehr gut bewährt. Wir hatten ja unterschiedliche Zeitblöcke. Wir hatten eine Limitierung an Badegästen, damit es eben nicht zu voll wird in den einzelnen Blöcken. Und das werden wir im Grundsatz auch so weiterführen. Das Ganze steht natürlich immer noch unter dem Vorbehalt, dass wir die Landesregelung zu dem Teil ja noch gar nicht kennen. Im letzten Jahr gab es Vorgaben, wie ein Freiarbeitbetrieb organisiert werden muss. Den wird es mit Sicherheit auch in diesem Jahr wieder geben. Wir sind quasi auf alle möglichen Konstellationen vorbereitet und werden dann die entsprechend anpassen, wenn wir die Landesvorgaben kennen, sodass wir nicht unnötig viel Zeit verlieren wollen, sondern sobald es möglich ist, werden wir dann auch den Betrieb aufnehmen. Danke, Herr Günther. Herr Hübert hat sich gebildet. Ja, mit einer Frage vom WDR Bonn aus an Herrn Fuchs. Ich konnte, als Sie mit der Bezirkskrise konfrontiert haben, Herrn Laumann zuhört in Düsseldorf. Ja, der gibt so die Devise aus, dass Genesene und Geimpfte und Getestete mit 48-Stunden-Tests alle Vorteile genießen können. Bei Ihnen habe ich jetzt so rausgehört, so eine Bonner-Strategie mit 24-Stunden-Gültigkeit. Würden Sie dann strenger sein wollen als die Landesverordnung oder gleichen Sie das dann doch an, wenn man das nebeneinander legt? Nicht. Herr Fuchs. Ja, das ist mir jetzt neu. Gut, dass Sie das schon gehört haben. Aber ich hatte ja eben gesagt, unser Ziel ist die, und die Oberbürgermeisterin hat das eben auch noch mal betont, unser Ziel ist natürlich die Niedriginzidenz-Strategie. Das heißt, wir wollen versuchen, den Erfolg, den wir jetzt langsam auch sehen durch die Maßnahmen, möglichst auch noch weiter zu generieren. Das heißt, unser Ziel ist eigentlich, eher etwas strenger zu sein, als das Land das vorgibt. Es kommt sicherlich auch ein bisschen darauf an, in welchem Landestand man sich gerade befindet, natürlich. Aber wir haben gesagt, wir wollen versuchen, möglichst diese Niedriginzidenz-Strategie so lange zu verfolgen, bis wir auch das Ziel erreicht haben. Das Ziel ist eigentlich, unter zehn Infektionen zu kommen, damit wir dann das öffentliche Leben wieder ganz normal hochfahren können. Die 48 Stunden scheinen mir ehrlich gesagt da nicht so der sinnvolle Weg zu sein. Aber ich weiß jetzt nicht, welche Beweggründe das Land angeführt hat. Wir finden es insbesondere deswegen, weil man ja weiß, wie schnell die Infektionen passieren können, dass so ein 24-Stunden-Test oder eigentlich sogar ein täglicher Test sinnvoller ist. Also wir sagen ja, wir wollen gerne den Einzelhandel auch weiter im Sinne von Click and Meet zulassen, aber eben dann mit einem tagesaktuellen Test. Das ist dann auch nicht mal ein 24-Stunden-Test, sondern man lässt sich testen und geht dann einkaufen. Also so war bislang unsere Strategie. Final festlegen wollen wir das aber auch erst nächste Woche im Krisenstab, hat Frau Dörner eben auch schon drauf hingewiesen. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen aus Ihrer Runde? Frau Dörner wollte noch was ergänzen, bitte. Ich würde gerne noch ergänzen, Herr Fuchs hat ja schon gesagt, wir entscheiden das nächste Woche im Krisenstab und dass es eine Testanforderung überhaupt bei unter 100 Inzidenz vom Land geben soll. Das war uns ja noch nicht bekannt. Wir besprechen uns, und das ist mir nochmal wichtig, auch regional. Das haben wir immer getan und immer versucht, uns da auch, wenn möglich, synchron zu schalten. Und auch solche Fragen werden wir in einem regionalen Kontext Herr Fuchs in erster Linie besprechen, weil es natürlich Sinn macht, gerade bei solchen Regelungen, wenn das möglich ist, synchron zu schwimmen, um mal bei Herrn Günther zu bleiben. Isa Inhofen. Jetzt bin ich etwas irritiert, weil ich heute gelesen habe, dass der Rhein-Siech-Kreis ja unter 100 liegt und ab morgen da nicht nur die Ausgangssperre entfällt, sondern auch das Einkaufen ohne Test wieder möglich sein soll. Das ist ja schon mal eine ganz andere Lösung als das, was Sie gerade vorschlagen. Dann habe ich noch nicht ganz verstanden, der Herr Hübert hatte ja von Geimpften und Genesenen diese Regel, dass man nicht länger als sechs Monate erkrankt gewesen sein soll. Das müssen die denn überhaupt noch einen Test abgeben? Ich denke, das wird doch bundeseinheitlich geregelt oder ist das wiederum Stadt oder Kommunal oder Land? Das kommt jetzt ein bisschen durcheinander. Nein, dann habe ich mich da vielleicht missverständlich ausgedrückt. Genesene und Vollgeimpfte werden so behandelt wie frisch Getestete. Also die Geimpften oder Genesenen müssen sich nicht wieder aktuell testen lassen. Genau. So, das war deine Frage. Ja, nehme ich an. Gibt es weitere? Ich sehe doch, doch nochmal. Lisa Inhoffen, bitte. Wir hören dich nicht. Ich sitze schon den ganzen Tag vor diesen Dingen und mache eine Konferenz nach der anderen. Deswegen, es gibt, nächste Woche gibt es ja den Wechselunterricht. Das ist klar und die Kinder werden dann nach wie vor zweimal die Woche getestet. Das bleibt alles so. Die Kleinen machen dann den Lolli-Test an den Grundschulen. Das wird auch so weiterbleiben. Richtig? Sie nicken einfach nur dann. Das wollte ich nur nochmal sicherstellen. Und die Zahlen zu dem Infektionsgeschehen bei den eher Jüngeren, haben Sie da Zahlen parat? Sie sagten, das ist ausgewertet worden. Können Sie uns da Zahlen zur Verfügung stellen? Und die letzte Frage, die ich zu dem Teil noch habe, ist Stichwort Kita. Wie wird es da laufen? So wie wir das kennen, das jetzt erst mal vom Notbetrieb in den eingeschränkten Regelbetrieb und ab wann können die Kitas in den normalen Regelbetrieb? Das habe ich nirgendwo gefunden. Fangen wir mal mit den Zahlen an zu den Inzidenzen bei den jungen Menschen. Wer antwortet? Ja, kann ich gerne machen. Also wir, wie gesagt, wir haben Auswertungen vorgenommen. Wir wollen die auch in der nächsten Woche zur Verfügung stellen, weil es dann noch einige Dinge gibt, die wir validieren wollen. Also das heißt, erst dann, wenn wir wirklich ganz gesicherte Erkenntnisse haben, dazu bedienen wir uns auch noch der Universitätsklinik Bonn und auch noch einem Institut. Und wenn wir die entsprechend aufbereitet haben, dann werden die in der nächsten Woche veröffentlicht auf unserer Homepage. Aber die Erkenntnislage, die ich jetzt gerade dargestellt habe, die ist schon sichtbar. Aber wie gesagt, wir wollen die Zahlen erst dann zur Verfügung stellen, wenn sie vollständig validiert sind. Sie wissen, dass die RKI-Studie zu dem Thema schon vorliegt. Sieht das Ergebnis ähnlich aus? Also es sind die Kinder zwischen 10 und 19 Jahren, die jetzt in der obersten Reihe sind, richtig? Frau Engels nickt. Ja, und alle anderen auch. Genau. Sorry. Zu den Kitas, Frau Dörner. Ich kann das ehrlich gesagt auch gerade nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was Herr Hübert schon weiß. Daran sehen Sie die Problematik manchmal in den Abläufen, die wir eben auch auf kommunaler Ebene haben. Wir müssen uns vorbereiten und Entscheidungen treffen und das Land natürlich auch. und das auch Lisa Inhofen mit dem Rhein-Sieg-Kreis. Das ist richtig, was du gesagt hast. Natürlich, dass die Click and Meet ohne Test machen. Wenn das aber zutreffend ist, ja, dass in der neuen Verordnung des Landes, die ja, also die alte gilt ja noch bis zum 14. und dann muss ja eine Nachfolgeschutzverordnung kommen, die wir noch nicht kennen. Wenn da dann eine andere Regelung für den Inzidenzwert unter 100 getroffen wird, dann wird auch der Rhein-Sieg-Kreis das wieder ändern müssen. Also ich glaube, daran sieht man die Dynamik, die in den ganzen Fragestellungen liegt, die uns eben auf kommunaler Ebene beschäftigen. Wenn wir, glaube ich, vorher gewusst hätten, dass exakt heute Mittag das Land dazu Details preisgibt, dann hätten wir uns vielleicht auch noch mal anders terminiert. Aber wir sind beispielsweise davon ausgegangen, dass das gestern nach der Kabinettssitzung erfolgt und haben unseren Zeitplan exakt danach gestrickt. Jetzt war es anders und das erleben wir ab und an jetzt in diesen Zeiten. Und wir können noch mal versuchen zu recherchieren, aber wahrscheinlich kriegst du das auch raus, Lisa, im Internet, was da geht. Wir versuchen es auch mal. Das bedeutet, dass die Stadt Bonn sich dann auch an die Vorgaben des Landes hält, auch wenn sie damit nicht zufrieden sein sollte. Wird mal so sein. Tun wir doch schon die ganze Zeit. So, jetzt sehe ich keine weiteren Fragen. Doch, Frau Inhofen hat noch eine. Ja, sorry, aber das ging eben alles so schnell. Das Letzte, was ich jetzt noch offen habe an Fragen, ist noch mal zur Gastronomie. Herr Fuchs, hatten Sie da eben was zu gesagt? Oder das wird, glaube ich, ganz am Ende erst entschieden, wann die überhaupt Außengastronomie machen dürfen? Oder wie ist das geplant? Dazu gibt es derzeit noch keine aktuelle Regelung vom Land. Herr Hübert weiß schon wieder mehr. Gut, dann gebe ich die Frage weiter an Herrn Hübert. Genau. Und mit dem 48-Stunden-Test, das war, das war so eine, ging es um die Biersorten Pinkwart und Laumann haben da gesagt, ihr braucht nicht mehr nach Holland fahren. Also ab dem, zum Bier trinken, ab dem 15. so habe ich es mir notiert, ist Außengastronomie möglich in unter 100 Inzidenzkreisen, sprich sowieso ist oder eben Rhein-Wiech-Kreis Außengastronomie für diese getesteten, Genesenen oder eben Geimpften. Und das war mir eben auch neu, also eben doch wieder mal Biergarten first und eben nicht Drei-Bierder first oder so. Man gleicht sich an Bayern an. Bei dem Biergarten ist das nachvollziehbar. So, noch Fragen bitte? Nein, das ist nicht der Fall. Ich muss auch auf die Uhr gucken. Ja, genau, Frau Dörner muss zum nächsten Termin. Ja, dann bedanke ich mich bei Ihrer Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen und auch für den Input, den Sie uns geliefert haben. Bei allen anderen vielen Dank auch und einen schönen Tag noch. Wir sehen uns wieder bei neuen Entwicklungen. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020